Mission 34 Bubu Margin Farm Oha, ok, was erwartet uns hier? Manche Buu ist wiederbelebt Trotz seines Aussehens kann Buu nicht nur Leute in Süßigkeit und Schokolade verwandeln und verschlingen, er ist auch brutal und hat unvollstellbare Kräfte Alles klar Nur, mit wem soll ich ihn hier spielen? Das ist jetzt die Frage Hmm Lass mich überlegen In diesem Kampf ist ja rein theoretisch Margin Vegeta, also Vegeta schon draufgegangen, oder? Möglicherweise Hmm Dann probiere ich jetzt einfach mal Super Saiyan Song Gohan aus In einer anderen Farbe aber Vorher, ups, da läuft Hier erstmal Anpassung Äh, ich mach einfach nochmal Slot alles leeren Das nervt Bestätigen Bestätigen und Nein, hier will ich nicht Gohan dabei haben, sondern einen anderen Ist nur die Frage wen Nehmen wir Goku So Deswegen kann ich hier erstmal die Farbänderung wieder mal Im originalen Grün Ach verdammt Da Anpassen Setup Ah Gib ihn Ich glaub das wär so ein Kampf Da müsste eigentlich der dreifache Goku kommen Aber Naja Verkauf So So Nein So Erstmal Goku Ich war noch nicht fertig Komm schon Hier fehlt nämlich noch was Und was nehme ich hier Einmal Dandy Und Timo Ich denke das passt ganz gut so Nein Ja Bestätigen Und nun zu euch kleinen Rotzlöffeln Komm schon Nein, 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 nein Bist du bescheuert Na komm schon Geben wir dir Die beiden Und Und Dir geben wir Einmal Trunks Und einmal Hm Hm Ah, take one Come on Bestätigen Und Mal schauen was auf uns zukommt Starten Super Donut Volley Die einzigartige Aktion von SuperSangion 3 GoTanks Feiert Solange die Taste gehalten wird Donutförmige Energiegeschosse ab Wissen wir Majin Bu Schokoladenstreifwitz Ja, kennen wir auch Ich möchte wieder Neue Tipps Bitte Bo Bo Majin Fahrer Ho 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 Alles klar Komm her, Buh. Wie soll Buh dich erledigen? Ey, so leicht gehe ich nicht zum Boden. Übrigens, Kräfte kombinieren. Das bleibt doch stehen. Die R2-Technik ist anscheinend irgendwie so eine Heilung. Und die L2-Technik... Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Egal, einfach draufhauen. Und... Bäm! Was? Keine Heraktion? Was soll denn... Ey, da jetzt haut doch nicht ständig ab. Auf abzuhauen! Interessant, mitten in meiner Special kommt eine Cutscene. Ach, ne... Wirklich? Sieh her, mehr Buh, was wirst du tun? Ich wollte eigentlich eine Jagd-Technik machen, aber... So, ein Buh ist erledigt. Kommen wir zur nächsten... Weitere Gegner! Aua! Jetzt bin ich wütend! Wenn ich mal was treffen würde... Gleich nochmal! Diesmal... Diesmal... Keine Ahnung... Oh, es geht in die Dosierung. Boom! Und wieder weitere Gegner aufgetaucht. Ach, wie viele wollen denn noch kommen? Alter, jetzt lass dich doch mal hier verjagen. Wenn man was so nennen darf. Yes! Endlich! Oh, mein Key! Oh, vielen Dank. Oh, Max Key sogar gleich. Da kommt doch Freude auf. Hä, ich bin Schokolade! Cool! Ah, ne Kette! Wunderbar! Lass es die schmecken da hinten. Auf, wenn ich mir mal ne Key-Explosion gerade null treffe. Ja, ich wollte mich schon wieder Schokolade verordnen. Habt ihr das gesehen? Aber nicht mit mir. Dass keiner die Kette fortführt. Erledigt! Och, verdammt! Yeah! Flieg! Dahin, wo die Sonne nicht scheint. Jawohl! Kommt schon! Geht's weiter! Och, ihr Pfeifen! Dann jetzt zu dir! Oh, ja, Technik! Wunderbar, wunderbar! Drei Klasse Rumspam! Irgendwann kommt es! Darf ich fast jetzt vertrauen? Ja, damals! Boom! Ja, gleich haben wir ihn! Gleich haben wir ihn! So, aber was macht die... Ey, zwei Technik! Die kapier ich nicht! Oh, nochmal ne schöne Jagd-Technik hinterher! Komm schon, ich will auch! Ich will auch! Ich will auch! Komm schon! Ja! Ich darf! Ich darf! Noch nicht zu Ende! Jetzt bin ich gespannt! Oh, Superboom! Alles klar! Oh, in diesem Spiel heißt er Böseboom! Jetzt bin ich wütend! Aua! Junge! Ja! Ja! Machen wir halb lang! Der Kick! Ab wie ein Zäpfchen, ey! Aber die Jagd-Technik habe ich gegen ihn trotzdem geschafft! Nein! Da habe ich mich gerade umsonst geheilt! Rettet mich! Irgendjemand! Gut hin! Viel zu spät! Aua! Ich komme! Ich bin unterwegs! Der Buu ist hinter mir! Lauf! Kette und Kamehameha in der Heere! Und die Kette geht sogar noch weiter! Das ist geil! Aber leider nicht auf Max! Autsch! Aua! Aua! Ey, da kannst du mal aufhören! Ja! Oh, Kette! Kamehameha! Ich lasse dich nicht gehen! Nee, nee, nee! Autsch! Oh, das ist eklig! Aber wir haben ihn bald! Wir haben ihn bald! Wir haben ihn bald! Auf mich zu treten! Wir haben ihn bald! Wir haben ihn bald! Na, Kette! Jawohl! Ach, das reicht! Verdammt, Magie! Ach, ja! Komm schon! Und Schokolade! Ich seien! Lecker! Alter! Das war aber eine böse Überraschung! Na, los! Komm schon! Nein, nein! Goddammit! Mitten in meinem Masenko bin ich gestorben! Rettet mich einer! Komm schon! Ach, ihr Pfeifen! Und Bäm! Masenko erledigt! Aber die L2-Technik, die verstehe ich nicht! Er guckt sich ein bisschen rum! Müsste ich mir nachher mal durchlesen! Puh! Puh! Nett, nett! Das war's mit dieser Episode! Wenn sie euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben! Unten links seht ihr die letzte Episode, die wir gespielt haben! draufklicken, dann könnt ihr da sie euch nochmal angucken! Und unten rechts, da kommt ihr zu der nächsten Episode, voraussichtlich, wenn sie schon bereits hochgeladen ist! Also, draufklicken und wieder schauen! Bis dann! Ciao!